So, wir sind jetzt in Makum angekommen, kurz vor der Schleuse. Jetzt legen wir gleich an. Der Volker ist gerade mal dabei und guckt, ob wir irgendwo noch ein schönes Hafenplätzchen bekommen. Und dann heißt es ein paar Stündchen schlafen und um drei Uhr ist Aufstehen angesagt. Guten Morgen, heute ist Samstag, der 21. Wir sind um drei Uhr aufgestanden und liegen jetzt hier um Viertel nach vier an der Schleuse Kornwerder Sand. Haben uns gerade per Funk angemeldet und da sagt die Lok ist erst um sechs Uhr. Ich glaube es hackt. Wofür ist die eigentlich 24 Stunden geöffnet? Na toll, dafür stehen wir um drei Uhr nachts auf und um vier Uhr 17 ist jetzt gleich Hochwasser und dann können wir erst mal das Hochwasser nicht voll ausnutzen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber ich mache jetzt erst mal Kaffee und dann frühstücken wir erst mal in Ruhe und dann geht es nachher in die Schleuse. Volker, kriegst du schon Kaffeedurst? Ja. Wir rauschen mit sieben Kloten am Wind. Wir sind ungefähr immer noch bei Ter Schelling. Gefühlt sind wir immer noch bei Ter Schelling. Wir hoffen, dass der Wind jetzt langsam Richtung Nord dreht und dass wir mehr Höhe laufen können und deswegen dann auch mal etwas mehr von der Stelle. Der Wind hat so um die 12 bis 15 Knoten. Wir sind unter voller Besiegelung unterwegs. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Hallo, wir haben jetzt Viertel nach vier und wir bolzen immer noch gegen an. Wir haben gerade Schiermannikuk bei uns hier in der Nähe, aber müssen halt dauernd rauf und runter kreuzen. Das ist schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Wir hoffen immer noch, dass der Wind langsam jetzt mal Richtung Nord dreht und so wie es jetzt aussieht, soll es heute Nacht sogar Richtung Westen drehen, Nordwest. Dann haben wir ihn vielleicht von hinten und können uns ein bisschen entspannen. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Brunsmüttel. Wir wollen durch den NOK. Schönes Wetter, Strom in der richtigen Richtung und da wollen wir mehr. Wir sind gerade auf dem Weg nach Brunsmüttel und wir haben ganz viel Versatz. Also unsere ERNA, unsere Selbststeueranlage, die haben wir so eingestellt, dass wir links des Fahrwassers fahren. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich zeige euch das mal. Wir haben eingestellt, dass wir links fahren. Ich hoffe, das kann man sehen. So. Und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht, wo wir wirklich herfahren. Kann man die Tonne überhaupt sehen? Ja. Das ist sehr interessant, weil eigentlich sollten wir links der Tonne fahren, aber der Strom zieht uns so rüber, dass wir rechts die Tonne gedrückt bekommen. Sehr interessant. Das ist für uns das erste Mal und man lernt immer wieder dazu. Wir freuen uns schon auf den NOK in Brunsmüttel. Also heute Morgen haben schon ziemlich viele den Hafen in Cuxhaven verlassen. Ich denke, es wird gleich ziemlich voll. Und da wir von gestern erstmal gut schlafen mussten, weil wir ja 36 Stunden durchgemacht haben, Carsten und ich, haben wir erstmal fast 10 Stunden geschlafen und sind dadurch auch erst um Viertel vor 10 aus dem Hafen rausgefahren. So, wir stehen jetzt hier vorm Nord-Ostsee-Kanal in Brunsmüttel und warten darauf, dass wir schleusen dürfen. Es ist sehr heiß heute und wir hoffen, dass es jetzt nicht ganz so lange dauert. Hallo, heute ist der 24. Juli und wir sind jetzt von Rendsburg aus nach Kiel unterwegs. Sind bei Position 67 in Rendsburg hier in den Hafen gefahren. Haben uns gestern Abend noch ein bisschen die Stadt angesehen. Sehr schöner, kleiner Hafen. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt geht's nach Kiel. Ja, heute ist der 24. Juli. Wir sind jetzt von Rendsburg aus losgefahren. Die letzten 30 Kilometer bis nach Kiel. Dort bleiben wir dann eine Nacht und dann schauen wir mal, wo es morgen weiter geht. Gerne Richtung Dänische Südsee. Wir schauen mal, wo der Wind herkommt und wie viel Wind überhaupt weht. Eine kleine Info. Wir sind in Rendsburg in den Yachtclub gefahren. Es ist ein sehr kleiner, schöner Hafen, ganz am Ende von einem Windensee. Die Sanitäranlagen sind echt wunderbar und auch die Hafenmeisterin ist super freundlich. Können wir nur empfehlen und wir haben jetzt für 11,60 Meter 18 Euro für die Nacht bezahlt. Und die Dusche kostet einen Euro. Also ich muss wirklich sagen, hat uns sehr gut gefallen und würden wir immer wieder helfen. Hallo. Wir sind in Kiel angekommen, haben jetzt den Tag hier verbracht, waren heute noch bei Bekannten zum Essen eingeladen und morgen geht es nach Dänemark. Wir hoffen, dass wir morgen einigermaßen Wind haben und dass es recht zügig dann entweder nach Marschdal oder nach Sonderborg geht. Guten Morgen. Heute ist der 25. Juli. Wir sind jetzt gerade in Kiel gestartet, nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten. Wir mussten noch einmal nach AWN und die Dänemark-Karte aktualisieren. Ja und jetzt kommt der Wind im Moment von vorne, aber wir hoffen, dass wir, wenn wir gleich aus der Kieler Innenförde raus sind, dann am Wind gehen können und dann wollen wir Richtung Marstal oder Sonderborg. Dann müssen wir mal gucken, wo uns der Wind hintreibt. Sonderborg-Karte.